Servus Leute und willkommen zu einem neuen Video. Die Aufnahmen, die ihr gleich sehen werdet, sind vom Dezember 2021. Wir haben da ein Lost Place besucht, war ganz interessant, deswegen möchte ich sie euch jetzt nicht vorenthalten. Allerdings bin ich jetzt die letzten Wochen nicht dazu gekommen, das Video fertig zu stellen, aber ich wünsche euch trotzdem viel Spaß beim Anschauen. Was sagst du? Ich hab fast erst extra gerutscht. Warte, die sind berufsreich. Ich hab die in jedem Lust fest. Die ist echt immer gleich. Immer. Na ja, ein Klodeckel. Ja, man kann auf jeden Fall Minuten einstellen. Ich hab... Okay, und was war das jetzt nochmal ganz genau? Ja, in Erholungsteil. In Erholungsteil. Das ist krass. Der ist vollgestopft mit Möbeln. Wirklich bis oben geht der und der ist komplett vollgestopft. Die Elektrik funktioniert bestimmt auch noch, ne? Klar. Das Wasser, das tropft, glaube ich. Die Farben werden ganz gut gebraucht, tatsächlich, weil die halt als Zucker sind. Ah, ja, okay. Also... Die werden bestimmt auch so einen Scheinsteil dazu sehen. Die wischen... Die kann ich jetzt auch nicht schließen. Ja. Ja. Die Lüge, die Lüge, die Lüge gar nicht schlafen. Machen wir mal das Fenster auf, ne? Ah, nee, geht nicht da unten. Ja. Hier. Ja. 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 Ich glaub, unten sind auch noch Sachen von neunzehundert Bögen da. Also, das ist schon nett. Das ist schon ein ganzes Zimmer, ne? Ich hab' mal's Feinballon. Nee, Feinballon. Das ist gerade. Mach' mal das Fenster dazu, ist ganz schön kalt. Ja. Da ist so ne Kuppel. Ja. Da kommen wir nachher runter. Also, da ist ein Raum drunter. Ah. Hä? Das heißt, das muss ja ein Keller dann sein, ne? Oder? So ein halber Sieht! Machen wir das Fenster zu? Ja, machen wir das Fenster zu, es ist kalt hier Völlig ganz Sind wir da? Also die zwei Säcke oder was? 40 Leber 40 Leber Das ist aber ein Film, oder? Hä? Das ist aber ein Film Oh, da machen wir jetzt ein witziger Zufall, ja? Das zielt! Mach da zu! So, wir haben einen Staubsauger Wie es aussieht? Ist das ein Nest, oder was? Brandrauch, ja! Oh ja, ich habe hier mal einen alten Feuerwehrschrauben, Alter! Ah, es kann sein, dass hier ein paar Spinnen sind Da haben wir noch mal die Kurschnitt Na ja Na ja Das ist sogar ein Klo Komplett funktionstüchtig Hier sind's die Kuppel, wo ich gesagt hab Ah ja Wurde wahrscheinlich hier ein Weil ich noch mal nicht mal Ja Ah, das bauen wir in den Wintergarten Sehr schön Ah, herrlich Das sind von der Becker Becker Hier Ach, krass Das hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht Und hier ist der eigentliche Aufzug, gell, Christian? Ja, ja, genau Das ist nur die Röhre Ah, stimmt Das ist der Ich weiß nicht, wo sie jetzt draußen wird, aber Ja, stimmt Geh mal hoch, oder? Ja Ja Boah, das stinkt ja wirklich heftig. Das ist ja echt widerlich. Das ist doch kein Chlor, oder? Wir können jetzt einfach nur runtergehen, aber das ist auch immer ein Aufhalten. Das ist ein Thumbnail, ja. Voll krass. Da außen rum, ja, nicht alles unter Höhen. Da kommen wir nachher runter. Echt? Das ist so Wartungsdinger. Das ist aber dann in jedem Schwimmbad doch so, oder? Ne, ich frage mich, dass ich das letztes Mal stehe. Ah, das soll Weife spinnen. Hast du schon mal drunter geschaut? Nein. Ich glaube, das will ich nicht. Die Klasse soll mit der Weife gehen. Boah, man riecht es halt echt schon heftig, ne? Ich frage mich auch sehr gut, glaube ich. Da dürfen wir es ausschlafen müssen. Ist ja irgendein Maschinenraum, oder? Das ist so. Und jetzt sind wir unter dem Schwimmbad. Ach, krass. Jetzt sind wir gerade unter dem Schwimmbad. Das allerkrasseste ist für dich, das Schwimmbad schwebt quasi. Komplett. Krass, oder? Hä? Merkehörig. Ja, fand ich auch kommentiert. Wegen der Dämmung, oder was? Ich habe mir auch gedacht, ja, wahrscheinlich. Ach ja, okay. Könnte ich eigentlich stehen? Ja. Oh, ich dachte, ich müsste mich auch bücken, aber geht ja eigentlich voll. Ja. Ja, genau. Jetzt nehme ich einmal. Komm hier. Und ich komme hier. Ach. Ja, aber hier ist das Verletzte auch schon. Der ist voll hier runter. Das würde ich jetzt mal wieder umbringen. Ja. Aber ja. Ich bin plötzlich hier. Oder was denkst du, was da ist? Oh, ja. Die sind so stark. Ja. Ja. Die sind so stark. Die sind so stark. Ja. Die sind so stark. Ja. Jetzt sind wir im ersten Stock, ne? Ja. Können wir schauen schon her. Wie kommen wir hier raus? Ach so. Ja. Ach, danke. Endlich mal frische Luft. Ah ja, das sind wir gekommen, ne? Ja. Kann ich mal rausziehen. Irgendwie will ich es abbrechen. Ich schau mal lang. Oh, da geht es nochmal runter. Wir sind jetzt im rechten Gebäude. Das geht voll. Ah. Wir fahren Stück für Stück. Wir sind nicht langweilig. Das andere ist viel höher. Das darfst du ja auch mal bringen. Wollen wir ganz mal dran. Ah. Herrmann verliert voll die Kontrolle. Wo man ist. Gell? Ja. Hä? Als ob wir jetzt hier sind. Ja. Hätte ich überhaupt nicht gedacht. Ja. Wir gehen jetzt nicht. Wir gehen mal starten. Können wir erstmal wieder gucken. Das ist auch schön eingeschlagen. Ach. Wissen die jetzt? Wissen die? Wir kommen ja nicht an. Wir fahren nämlich hier auf den Tisch. Mal zu dem Traut. Ja, aber das kommt schon mal. Ja. Schau mal her. Was ist hier? Das ist der Treppenaufgang. Das ist der Treppenaufgang. Das ist der Treppenaufgang. Macht alles Sinn, ne? Das ist der coole Dach. Das ist da oben. Aber das ist jetzt der Highlight eigentlich. Schwimmbad haben wir jetzt hier gesehen. Schwimmbad war schon krass, finde ich. Besonders da unten. Fand ich fast noch cooler. Dann kam das sogar nochmal auf ein anderes Dach. Ja, das ist ein anderes Dach. Wenn wir nochmal in München gewißen. Was ist das? Was ist das? Das finde ich eigentlich immer ganz cool. Das sind so ungelenkig. Das ist der Hammer. Christian, aber ich gebe es zu. Die sind das erste Mal in Gebrauch. Das ist verlegt. Aber die sind weg. Das sind schade. Ich habe noch andere, die ist lang. Ich habe noch andere, die ist lang. Vielleicht geht es nicht weiter. Nein, nein, nein. Nein, nein. Das kann aber auch schon lang laufen. Kannst du Rüst aufmachen. Nein, nein. Aber die Hürde fällt halt nicht um. Nein, die Hürde fällt nicht um. Ist das jetzt dasselbe? Ich habe gar keinen Plan mehr, wo ich bin. Ich habe wirklich keinen Plan mehr. Ja. Das ist so schön, nicht? Diese Farbe ist immer von der Decke, diese Ablässe. Das ist immer. Ja, wollte ich gerade übrigens sagen. Das hat man von unten gesehen. Da waren wir gerade. Ja. Das sage ich halt. Normale Häuser sind immer relativ langweilig. Ja, das sieht halt so aus wie jetzt. Ja, immer. Ein bisschen. Ein bisschen. Ja, wir sind jetzt da auch noch nicht. Aber ja, da kommen wir auch noch. Ja, ich glaube. Ich glaube, da kommen wir auch. Können wir mal wieder alles vor, ne? Ja. Ah, hier gibt es auch. Ja, du musst so warten. Sehr gut. Der ist aber noch schön stabil, ne? Ja. Hier ist schon viel kälter als da, glaube ich. Der Mund. Feuerzeug. Das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, heftig. Ah ja. 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 Christian immer am angeben und flexen, ne? Und jetzt... Ja. Ja. Also letzten Mal was deutlich gefährlicher. Weil jetzt aber alles voller Wasser hier. Komplett. Es war komplett getroren. Okay. Ja, das ist echt... Ja. 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 Das ist der Rest, ne? Ja, mega. Ja. 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 Ja, warte mal. Der Motor quasi für den Aufzug. Ganz interessant. Hier sind die Seile, die alles hoch und runter transportieren. Genau. Das ist auf dem Dach alles. Und jetzt... Da oben waren wir gerade. Und jetzt gehen wir wieder rein. Okay. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick bekommen. Es war ganz interessant. Es war der erste Lost Place für mich. War auch sehr interessant. Vielen Dank für die Führung. Ja. Ja. Ähm... Genau. Mal schauen, ob wir nochmal zu irgendeinem gehen. Jo, wir sehen uns im nächsten Video dann. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.